Die Burgvogtin von Card Noir hat einen Brief für dich erhalten. Was das wohl sein könnte? Von welchem DLC im White Marsh sie mir da wohl erzählen möchte? Ich bin ja ganz gespannt und hab gar keine Ahnung. Genau. Jetzt darf ich nämlich theoretisch ins DLC starten. Ja, mach das mal. In deiner guten Idee. Das sind so unhöfliche Antwortmöglichkeiten. Einfach abwarten. Jetzt spuck's schon aus. Und das ist aber eine Untertreibung. Wo ist das typisch Lin-mäßige, mitfühlende? Ja, was gibt's denn? Ich bin doch für dich da. Kannst mir alles erzählen. Gut, dann gehen wir halt mit der leicht sarkastischen Variante. Das ist eine Untertreibung. Er faltet seine Hände zusammen und massiert einen Fingerknöchel mit seinem Daumen. Ich wollte dir nichts Böses. Ich dachte, ich könnte es für mich selbst behalten. Dass wir uns nach der Lösung deiner Seelenangelegenheit auch um mein Problem kümmern würden. Erzähl mir von all deinen Problemen, Schätzchen. Deine Probleme sind auch meine Probleme. Er schließt die Augen und beißt die Zähne zusammen. Deine ergebenden und zuckenden Lippen legen Zeugnis über einen internen Disput ab. Mehrere Sekunden später öffnet er wieder seine Augen, die nun Tränen und Blut unterlaufen sind. Uuuuuh. Und warum hast du mir das nicht früher gesagt? Wir sind doch Freunde. Ich habe dir auch von meinen Seelenproblemen erzählt. Wir können doch Therapie-Budys sein. Und gerne auch mir. Also ja, warum hast du nicht früher was gesagt? Ich lerne, sie ein sehr lange Zeit vorzunehmen zu halten. Die, die mit wundervollten Seelen, sind geschehen, verabschiedet worden. Und nach deiner Erfahrung mit Mierwald, bin ich sicher, dass du siehst, warum. Du musst sich vorsichtig sein. Ja, finde ich. Aber hey, im Gegensatz zu Mierwald hast du wenigstens nur eine weitere Persönlichkeit, die in dir wohnt. Er hatte keine Ahnung wie viele. Genau, zweier Stuhlkreis. Ja. Ja. Gut, aber ich muss gestehen, also bei ihm würde ich die Selbsthilfegruppe auch ins Bett verlegen. Deshalb hätte ich kein Problem mit. Muss nicht ein Stuhlkreis sein. Erzähl mir mal von der Esel mir. Ja, du kannst dir offensichtlich supergut leiden. Ja, und offensichtlich hält sie genauso viel von ihm. Jetzt hört es so gut. Er zieht eine Krimasse und fährt sich mit den Händen durch seine Haare. Ich habe keine ihrer Erinnerung. Das wenigstens hat mir Bärz erspart. Ihre derben Manieren und ihr unerträgliches... Ähm, hier steht hielisch in... Im Original heißt es Heelspeak. Lassen aber auf eine Provinzbewohnerin schließen, die vor sehr, sehr langer Zeit gelebt hat. Meistens kommen sie ganz kurz vor einem Konflikt hervor, wenn die Lunde schon heruntergebrannt ist und sie Zähne gefletscht sind. Und wenn sie auftaucht, dann hält sie nicht inne, um die Situation zu beurteilen. Vielmehr handelt sie einfach. Ähm... Sie scheint rücksichtslos zu sein. Irgendwann könntest du ein paar Hinweise von ihr gebrauchen. Das ist jetzt der erste Punkt, wo man mit beeinflussen darf, ob er mit seiner zweiten Persönlichkeit besser klarkommen soll oder nicht. Weil wenn man eben konsequent sagt, du, so schlimm ist sie doch gar nicht. Die will dir doch gar nichts Böses. Dann kommen sie miteinander irgendwann besser klar. Deshalb, ähm... Du könntest vielleicht das eine oder andere auch von ihr lernen. Vielleicht ist sie gar nicht so schlimm. Hinweise oder eher vulgäre Ausdrücke. Er verträgt seine Augen, verschränkt die Arme vor seiner Brust. Ich musste schon Jahre mit diesem Land einleben. Von ihr gibt es aber auch gar nichts zu lernen. Zumindest nichts zivilisiertes. Er runnst sich die Stirn und sieht weg. Ja, ähm... Und werden deine kleinen Episoden mit ihr jetzt öfter problematisch werden? Und uns bei lustigen Geheimoperationen fast verraten? Merely an Annoyance. Er spitzt seine Lippen zu einer dünnen, krummen Linie. Er wird leise und faltet seine Hände hinter seinem Rücken zusammen. Seine Unruhe wird durch kaum merkliches Zucken und Krämpfe entlang seiner Arme verraten. Es wird alles gut, Schatz. Ja, das Viertel ist gleich um die Ecke, da können wir direkt hingehen. Wie fies, lern mal mit deinen eigenen Problemen klar zu kommen. Also ich meine, gerade ich, wo ich selbst Seelenprobleme und eine Awakened Soul habe, sollte ja gerade mal verständnisvoll sein. Ähm... Ja, versprechen kann ich mir nichts. Wie, wie? Wie, wie? Natürlich, wenn dir das hilft, gehen wir da sofort hin. Umgehend. Gar kein Problem. Na dann, lass uns sofort dahin losziehen. So, und das ist jetzt der Moment, wo ich meinen kleinen Fangirl-Moment loswerden muss. Und ihr müsst es leider ertragen, weil ihr seid anwesend, ihr seid mein Chat und ich erzähle hier eh, was ich will. Ich fände ja gutes Voice-Over sehr, sehr wichtig. Und ich stehe auf schöne Stimmen. Und ein großer Anteil dessen, mal von Aussehen und Charakter abgesehen, warum ich ihn so mag, ist die Synchronstimme. Ja, nix, oh je, so schlimm wird's jetzt auch nicht. Deshalb habe ich irgendwann gegoogelt, wer denn die Synchronstimme von ihm ist, weil ich damals noch nicht so viel Ahnung von Voice-Aktoren hatte. Und ich habe rausgefunden, dass das ein Herr namens Matt Mercer ist. Damals wusste ich nicht, wer das ist. Mittlerweile weiß ich, dass er der Dungeon Master von Critical Role ist und ein super cooler Typ und dass Critical Role cool ist. Habe ich aber erst kürzlich angefangen zu gucken. Also ich habe den Hype ein bisschen verpasst. Ja, worauf ich aber eigentlich raus will, ist, dass ich beim Nachlesen, und ich weiß nicht, ob das vielleicht jemandem aufgefallen ist, bei mir ist es damals beim Spielen nicht aufgefallen, ich habe beim Nachlesen rausgefunden, dass er auch die Stimme vom Edea beigetragen hat. Und ich war total fasziniert, wie jemand zwei Charaktere, die man auch noch in demselben Kaffaufgabe direkt hintereinander gesprochen hat, und ich einfach nicht gecheckt habe, dass das dieselbe Stimme ist. Und dann ist der eine Charakter auch noch jemand mit zwei Persönlichkeiten. Das heißt, im Grunde hat er fast drei Charaktere gesprochen. Und sie klingen alle unterschiedlich. Und ich finde, das ist so ein unfassbar krasses Talent, bei dem ich ein bisschen neidisch bin. So coole Sachen würde ich auch gerne können. Und es ist mir halt einfach literally wirklich nicht aufgefallen am Anfang. Und jetzt bin ich einfach unfassbar beeindruckt. Und das Coole ist, später, wenn es dann irgendwelche, also das ist jetzt nur für mich cool, weil ich einen komischen Kopf habe, der so Sachen witzig findet. Aber später, wenn es dann Partybänderunterhaltungen gibt, wo er der versucht, gezielt mit Isselmeer zu reden, ist das eigentlich noch cooler, weil dann ist das Matt Mercer, der sich mit Matt Mercer unterhält, als eine Instanz von Matt Mercer. Ja, für mich ist das cool. Und jetzt habe ich genug gefangirrt. Auf jeden Fall großartiges Voice-Acting und ich bin mega geflasht darüber. Also damals wie heute. Heute eigentlich sogar noch mehr, weil ich habe ja jetzt angefangen, Critical Role zu gucken. Und das sind ja nur drei der möglichen Stimmen. Der kann noch viel mehr. Und das ist einfach krass. Ja, jetzt bin ich wirklich fertig, Fangöln. Wirklich, wirklich, wirklich. Ihr müsst es euch jetzt nicht weiter antun. Ja, jetzt bin ich noch mal. Mensch, passenderweise sind wir direkt beim Sanatorium. Was ein Zufall. Und du bist? Eine Frau steht im Schatten des Gartens und murmelt vor sich hin. Sie ist auf die Seiten eines großen und abgewetzten Buchs fixiert und scheint die blühenden Blumen und die kühle, duftende Brise gar nicht zu bemerken. Sie schlägt erst auf, als der Schatten über ihre Seite fällt. Darf ich bitten? Ich bin sehr beschäftigt. Äh, mit was denn? Sie schlägt ihr Buch zu. Ich studiere die Seelenbefestigung. Wir wissen alle, dass bei der Geburt eines Menschen eine Seele in ihn fährt, die ihn beim Tod wieder verlässt. Aber wir haben noch viele Fragen darüber, wie sie sozusagen kleben bleibt. Mit Uhu Alleskleber. Oder was, Patex? Ich weiß es nicht. Ich mache keine Schleichwerbung. Äh, was meinst du mit Klebenbleiben? Sie wischt sich eine lose Haarsträhne aus der Stirn. Die Seele gibt dem Körper Energie und dem Gewebe Leben, aber nur, wenn sie fest an ihm befestigt ist. Ist sie das nicht, so können eine ganze Reihe von Seelenkrankheiten entstehen, darunter auch die Hollowborn. Aber wenn wir verstehen würden, wie man Seelen wieder befestigt, könnten wir White Wins Legacy beenden. Vielleicht sogar den Tod überwinden. Oh, das klingt mir aber ein bisschen sehr ambitioniert. Also White Wins Legacy beenden klingt mir ja noch nach einer guten Sache. Ach, den Tod überwinden, das klingt mir crazy too much. Werden wir mal nicht grüßen, wahnsinnig hier. Sie kratzt sich hinter dem Ohr. Das ist jedenfalls die Theorie. Leider fehlen mir einige Forschungen, um sie in die Praxis umzusetzen. Da weiß ich gar nicht, ob ich ihr helfen will. Was genau brauchst du? Genau, das ist das Problem mit Elements. Ihr dockt da dann irgendwelche Dinge herum, die ihr nicht versteht. Genau das. Wenn ihr doch keine Ahnung davon habt, was ihr in der Praxis tut, bloß weil ihr euch irgendwelche lustigen Theorien ausdenkt, und hinterher kommt irgendwelcher Scheiß dabei raus, hättet ihr es dann nicht einfach mal lassen können. Gut gesagt, es gibt doch noch vernünftige Leute in diesem Land. Ja. Ja. Ich bin unfassbar vernünftig. Nadine verschränkt die Arme über ihrem Buch. Zumindest versuchen wir etwas zu unternehmen. Die einzigen echten Fortschritte im Kampf gegen das Legacy basieren auf unseren Forschung. Leider haben unsere Kritiker dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit sich nur an unsere Fehlschläge erinnert, nicht an unsere Erfolge. Das ist recht schwierig, man kann an die Informationen zu verlangen, die wir brauchen. Ja, vielleicht solltet ihr auch gar nicht irgendwie wieder wild an Leuten rumprobieren, um Informationen zu kriegen. Vielleicht wäre es gut, einfach mal nicht mit gefährlichen Dingen zu experimentieren. Das ist genau wie diese Leute, die sich Drachenforscher nennen, sich den Drachen von ganz nah am besten seine Zähne in seinem Maul befindlich angucken müssen. Ist einfach keine gute Idee. Das hat mit Forschung einfach nichts mehr zu tun. Hey, natürlich bin ich vernünftig. Ich mag Leute ausrauben und moralisch graue Entscheidungen treffen. Aber was sowas wie Animancy angeht und sowas, da gilt bei mir Safety first. Oh, ich sollte mal diese blöde Vodeka kaputze absetzen, fällt mir gerade auf. Boah, ist ja hässlich. Es gibt ein Manuskript mit dem Titel Die Lehrsätze von Pandor, Pandgram. Es enthält Ergebnisse und Beobachtungen aus Pandgrams Experimenten, was ist das für ein Name? Ich kann ihn nicht aussprechen. Ja, aus seinen Experimenten, mit losgelösten Seelen. Die Handel der aufgedeckten Geheimnisse sollte angeblich im ältesten Archiv ein Exemplar besitzen. Lass mich raten. Man darf dieses Buch nicht ausleihen und du willst, dass ich es für dich klaue. Weil ich bin ja so ehrlich und trustworthy. Das ist ein Fashion Statement. Nee, das ist ein ganz, ganz schlechtes Fashion Statement. Ich will jetzt nicht in die... Bloß weil meine damalige Inkarnation was mit dem Typen, mit dem hässlichen Kopfschmuck zu tun hat, und möchte ich jetzt nicht in diesem Leben, in die Riege derjenigen, die sich hässliche Sachen auf den Kopf setzen, mich mit einreihen. Das muss nicht sein. Pandgrams Arbeit gilt als eine der, nun ja, wagemutigeren Schriften der Animancy. Nichts, was gemein unter Anfänger verbreitet wird. Und auch sehr schwer zu bekommen. Es wäre fein, einmal einen Blick hineinzuwerfen. Die Leersätze könnten meine Forschung rasant vorantreiben. Aber Grimdar, die Oberarchivarin, verehrt Wail und hat daher etwas Paradoxe an sich, in was das Teilen und Schützen von Wissen anbietet. Und da sie nicht unbedingt als Befürworterin der Animancy bekannt ist, neigt sie dazu, Informationen, die mir helfen könnten zu beschützen, nicht zu teilen. Oh, wie schrecklich. Ich bin ja so voller Mitgefühl. Oh, das tut mir so leid, das zu hören. Da leidest du ja bestimmt schrecklich drunter. Das ist ihre Entscheidung. Vielleicht lässt du sich ja überreden. Ja, ein Jammer ist das. Ach nee, nee, jetzt komm mir nicht. Du bist so wohltätig und so nett und du hilfst doch jedem. Sie seufzt. Hör mich an, wie ich mich beklage. Es ist nett, dass du mir zuhörst, aber ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ja, also ich finde das auch nett, dass ich deinem Jammer hier zuhöre. Sonst noch etwas? Sie will sich offensichtlich wieder ihren Studien widmen. Ich habe da noch Fragen. Für diesen Leersätzen. Warum will die dir das Buch nicht ein? Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse hütet ihre Bücher wie ihren Augapfel. Besonders die seltenen unter ihnen. Und ganz besonders Grimdar. Sie hasst die Animacy, hält sie für gefährlich. Ja, warum nur? Mir ist nicht klar, wie man die herausragendste Bibliothek, das Dearwood leiten und sich gleichzeitig so gegen die Verbreitung von Wissen und Forschung sperren kann. Aber ich habe diese religiösen Fanatiker noch nie verstanden. Genau, das meine ich auch. Äh, ja, dann erzähl mir mal was über diese Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Nun, damit ist es entschieden. Wir müssen es uns einfach ansehen gehen, oder? Oh, der ist so süß. Und was ist ein ältesten Archiv? Im ältesten Archiv befinden sich die seltensten, akkahnsten und mächtigsten Schriften im ganzen Dearwood. Er ist sozusagen das innere Heiligtum der Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Es versteht sich von selbst, dass man es nur mit Grimdlers Erlaubnis betreten darf. Okay, und jetzt nochmal dieses Buch, was du da suchst. Herr Graham war ein Animanzer, der im Dearwood arbeitete. Er hat einige interessante Theorien zur Essenz und einige recht innovative Techniken entwickelt, um sie zu studieren. Er konnte Seelen nach dem Tod wieder am Körper befestigen. Ah, das klingt halt gut. Auch wenn es ihm nicht klang, die Degeneration seiner Patienten aufzuhalten. Er war umstritten, um es vorsichtig zu sagen. Aber inzwischen erkennen viele, dass er einfach nur seiner Zeit voraus war. Bitte was? Er hat, nachdem derjenige verstorben ist, seine Seele wieder eingefangen und sie dann wieder am verrottenden Körper festgefunden. Oh, er war so ein brillanter Forscher, der seiner Zeit voraus war. Er war gar kein verkappter Nekromant oder einfach nur ein Scharlatan und Stümper. Mhm, ganz bestimmt. Ganz bestimmt war der Mann seiner Zeit einfach nur weit voraus. Boah. Du unterhältst dich fünf Minuten mit einem Animense und danach möchtest du dich selbst in ihr Scheißsonatorium einweihen. Was ist jetzt mit der Degeneration? Wie faulich waren die dann? Er den bringt die Hände. Nun, es scheint ein kleines Problem damit zu geben, Seelen nach dem Tod wieder zu befestigen. Die Körper werden wiederbelebt und können sogar Erinnerungen und Persönlichkeit beibehalten. Aber sie entwickeln einen Hunger nach Fleisch, nach lebendem, beseeltem Fleisch. Ja, ihr erschafft Zombies. Wunderschön. Das ist aber eine ganz, ganz tolle Forschung, die ihr da betreibt. Gott, im Himmel. Ohne beginnen sie sich zurückzuentwickeln, mental und körperlich zu zerfallen. Wenn der Prozess zu weit fortschreitet, was er früher oder später tut, werden sie zu Leichen ohne Verstand, die alles angreifen, was sich bewegt. Wir konnten noch keinen Weg finden, das zu verhindern. Dass ihr das überhaupt versucht habt, das schockiert mich. Nicht, oh mein Gott, wir konnten ja gar nichts dagegen tun, dass unsere armen, wieder animierten Leichen die ganze Zeit Leute fressen wollen. Er belebt sie halt nicht wieder. Wie wäre es mit der Lösung? Und du fragst dich, warum Grimler diese Forschung nicht mit dir teilen will. Ja. Da sehe ich auch gar keinen Grund dafür. Warum sollte man Animenser die Nekromantie ausüben und wandelnde Leichen erschaffen? Warum sollte man denen nicht noch ein paar Zusatzinformationen dazu geben, wie das geht? Ja, das klingt mir sehr nach Nekromantie. Unsinn. Nekromantie ist Zauberei. Wir sprechen von Wissenschaft. Sie betonen das letzte Mal. Das ist doch keine Wissenschaft. Ihr seid keine Wissenschaftler. Ihr seid ahnungslose Scharlatane, die mit Zeug spielen, was sie nicht verstehen. Ja, mehr will ich auch gar nicht wissen. Erzähl mir noch was über dich. Komm. Meine Sanity ist eh schon am Eimer. Ich bin Animenserin im Sanatorium. Im Moment erforsche ich einige Dinge, die im Zusammenhang mit Wildwinds Legacy stehen. Oh mein Gott, ich habe noch nie davon gehört. Was ist denn Wildwinds Legacy? Wildwinds Legacy nennt man den plötzlichen Anstieg an Holoborn-Kindern im Deerwood in den letzten Jahren. Einige vermuten auch eine Verbindung zu sogenannten Bio-Wigs, die durch Erklan-Verachblasen. Zu ihnen gibt es aber kaum verlässliche Daten. Daher kann ich dazu nichts sagen. Ach du, ich habe ja eigentlich zwei davon überlebt. Ich kann dir da Daten geben. Oder wenn ich sehe, dass irgendwo der Nächste stattfindet, kann ich dich rufen und du kannst ganz nah herangehen und den Tier von ganz nahem angucken. So wie die Drachenzähle. Das ist Forschung. Glaubt mir. Sehr wertvolle Forschung. Und ich möchte dich nicht davon abhalten. Merkt man, dass ich sie nicht leiden kann? Nee, ne? Versteckt das ganz gut, glaube ich. Sie zieht die Nase hoch. Ich mag den Namen White Wands Legacy nicht. Er stinkt nach Aberglauben. Aber er ist schon zu etabliert, um ihn zu ändern. Mir wäre es lieber, die Leute würden an solche Dinge methodisch herangehen, anstatt einfach die Hände in die Luft zu werfen und den Göttern die Schuld zu geben. Da mag sie tatsächlich recht haben. Dass das passiert ist, nachdem sie den White Wands auf der Brücke in die Luft gesprengt haben, kann ja auch ein Zufall sein. Es könnte ja auch von was anderem kommen. Ich glaube nicht, dass die Tierwälder das als großen Spaß ansehen würden. Dann lasse ich dich mal weiter mit deinen komischen Nekromantieforschungen spielen. Ach nee, 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 ist ja keine Nekromantie, ist ja Wissenschaft. Wir beginnen in der tiefen Freundschaft. Ja, ja, in der ganz tiefen Freundschaft. So einer tiefen Freundschaft. Ja. Du und ich, wir werden so, wir werden Best Buddies. Nekromantie. Ja. 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 Ja.